Die Sendung wurde live untertitelt 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 Die Sendung wurde live untertiteltelt Die Sendung wurde live untertiteltelt Die Sendung wurde live untertitelt Die Sendung wurde live untertiteltelt 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 Die Sendung wurde untertitelteltelt​ Das war's für heute. Was ist das? Spannende Musik Wenn ich sterbe, stirbt auch viel Wissen mit mir. Faes wird dich immer nur anlügen. Das war wohl nichts, ihr Hirnis. 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 Ich wusste, du kommst wieder. Nicht zu glauben, dass du alle Feuerzeuge gefunden hast. Verdammt, das weckt Erinnerungen. Wir hatten ja keine Ahnung, was auf uns zukommt. Wie gesagt, wir legten Vorräte an. Ich kann jetzt nicht mehr viel tun. Aber du, du schon. Schnapp dir deine Belohnung und bewaffne dich, klar? Nimm dir, was du gegen die Sekte brauchst. Und erschieß ein paar von den Arschlöchern für mich. Sie sind verdammte Hörer. Sie sind ein Barrierein. Wir haben sie gehabt. Oh, ich will, ich hoffe, dass gleich nichts was ich anstellen würde. Wahrscheinlich irgendwas anderes töten als Peggy's. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020